Die scheiß Wolle, Mann! Die kotzt mich an! Hinter dir! Abzischen! Los! Los! Weg hier! Ich markier die Typen! Wo ist er denn? War ich irgendwie? Wir fahren zum Flughafen, die würden dann gehen. Ist doch die Militärbasis, ja. Wenn wir dann Jet-Team kriegen könnten. Oh, boah, ich hab kein Live mehr. Ey, wo ist der Typ, der das koppelt hatte? Ich hab glaube keine Waffen mehr. Oh, das ist doch schon tot. Ich muss zum Arzt, also ich muss... Guck mal hier hinfahren, die Stadt. Nicht zur Militärbasis. Weg hier, die haben wir... Die liegen, Mann! Du, ich bin tot! Du kannst doch nicht zur Militärbasis fahren, wie kann man die Bulle nicht aufzuhören? Dann sagen wir doch, da geht's zur Militärbasis! Was ist das denn jetzt? Nur, dass da eine ist! Aber wir können mal versuchen, den Jet zu klauen. Das war nicht immer jetzt... mit dem Auto, glaub ich, versuchen. Au! Ne, es gibt's aufs Fressbrett. Bumm! 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 Immer auf die Schnauze! Bumm! Boah, ich bin tot! Ne, ich schaue nicht zusammen, nur einen Sack-Gesicht! Uah, lachen durch mich mal! Uh! Weil wir können versuchen, irgendwann mit dem Helikopter in die Basis rein zu crashen und... Hast du mich gerade auch nicht snappert? Nein! Du bist ein Sack! Ich bin zu uns ran! Du bist dein heuliger Wasser! Lass mich! Aua! Jetzt lass! Nein! Nicht jetzt! Aua! Wie lange Leben hast du, man? Was machen du? Aua! Wer gehst du an? Was hast du davon? So! Ob wir jetzt einen Kamchat klauen oder? Ja! Klauen jetzt einen Jett! Warte, ich hab ne Idee, ich ruf mal Meriwether an. Die haben immer Helikopter zur Verfügung. Ich hab äh... Haftbomben! Meriwether! Für all deine private Sicherheitsbedingungen. Wie kann ich helfen? Abholung per Hubschrauber. Ein Helikopter wurde dispatched. Versuch mal keine Bullen anzuziehen. Okay. Da kommt doch schon unser Taxi. Nix gemacht. Piloten kannst aber den Hubschrauber abschießen, wenn er landet ist. Komm mal, das Auto ist da leer! Wird das Auto leer? Ich hab Melikopter für tausend Dollar gerufen. Guck mal! Ja! Wie gesagt, ich hab Melikopter gerufen. Für tausend. Mein Gott. Ich bin der erste. Kann der mal landen? Alter! Haha! 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 Du hast ein Headset auf! Haha! Guck mal, mit dem Cockpit an sich, wie das aussieht! Oh chillig! Hallo! Alter, was für starker Armer ist du denn? Ja, ja, mach die Jacke. So, hier ist irgendwo die Militärbasis. Wir müssen aufpassen, wir kriegen sechs Sterne, wenn wir da drin sind, ja. Und die bauen wir uns mit MGs. Guck mal, geradezu, Isse! Wie kann ich denn jemandem Waffe auswählen und nicht Radiosender? Wie gesagt, das ist das Natur, ich kann ja nicht helfen. Die gleich ist in die Wurst. Oh Gott. Holen die Jets. Wir haben vier Sterne wegen der Scheiße. Machst du das? Ja. Ja. Das ist ja gar nicht. Die ist nicht gerade ein Jet neben der im Hangar steht. Ich weiß nicht. Da raus gibt's keine, ne? Ist das ein Mann oder zwei Mann Jets? Das sind ein Mann Jets, aber... Hier von mir aus dem Besuch einmal. Wow! Da ist einer! Da ist da einer! Wer denn nimmt? Da ist einer! Ich bin fast drin! Ich bin tot! Ja, Mann! Das ist... Weil die Waffen haben wir ohne den Ende. Oh, brauche ein Jet! Schnell! Rein, 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 rein! Ich bin in den Rotor von dem Hubschrauber! Hey, komm, Alter! Nein! Das war's mit dem Jet! Scheiße! Wollen wir noch mal probieren. Wir werden versuchen mit einem schnellen Auto hier über den Berg zu jumpen. Oh, oh, oh! Da kommt noch welche. Wie man automatisch nicht ziehen will. Oh, das war out, ja. Scheiße. Ich jage Autos! Was ist hier los? Jetzt reicht's nicht mit dem Sniper. Da vorne stehen noch welche. Oh, ne, die. Ups. Heller. Okay, das geht doch mal weg. Wow! Ich hab'n Auto, ja. Was kommt's? Jetzt werden die Kopfschrauber von mir. Nimm mich mit! Okay, das ist der falsche Punkt. Irgendwo ging das. Was?! So wieder One-Shot. Ach, der hat eine Shotgun. Schwuppenstern. Ah, hier ist das. Ich hab'n Auto. Ich bin am richtigen Punkt. Wir müssen mehr Schwung haben. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Wuuu! Ich hab'n Bullen-Auto. Die sind auch schnell. Bin ich noch mal da drüben lang. Das ist noch sehr einfacher. Das hab ich früher mal gemacht bei PS3. Und dann hier rüber springen. Oder man springt gleich. Ich gehe mit Anlauf rüber. Bist du noch hier? Oder? Ja. Ich weiß nicht, wo du bist. Immer noch hier, wo wir waren mit dem Auto. Komm zurück. Hier war das wirklich. Nee, war's nicht. Irgendwo war ne Stelle, da kann man ganz einfach rüber springen. Was an der anderen Seite? Nee, das war von hier. Ja, hier war's. Wo war ich zum Land? Was klappt das? Ja, du musst ruhig das Land aufnehmen. Ja, ich kann mir jetzt ein Auto aussuchen. Ja, du hast doch schnell. Ja, du hast doch schnell. Du bist ein Porsche. Würde ich die nehmen. Nee. Boah, das ist ein Arscher aus. Nein, die Polizei kann nicht aufhauen, weil ich ne Pistole raushole. Ich wollte sagen, ich nehme jetzt ganz viel Auflauf. Ich nehme jetzt ganz viel Anlauf und dann versuche ich es nochmal. So, jetzt würde ich mich hier sonst challengeen. So, jetzt würde ich einen Jet-Fit ohne dass sie mich steal. Ich komme hinterher. Ist ja immer mal gerade drin, das perfekt. Aus hier, Bastard. Rein hier. Rein. Du schnell rein da. Wow. Macht's gut, ihr Mixer. Ich komme. Ich hab's geschafft. Ich hab' ein fucking Jet. Ich bin mir auch rein. Aber du musst aufpassen. Jedes Flugobjekt, was vor dir ist, wird automatisch mit einem Suchzillraketen anwesiert. Ja, wenn ich vorher fliege, bin ich tot. Oh, meine. Oh, Alter. Die Cockpitter sind wie beim Flugsimulator hier. Ja, wie geil. Ich bin Bettyfield hier. Ich muss das jetzt gehen mit zwei. Mit zwei. Ich bin tot. Alter, wie schnell da bin ich gekommen. Von überall. Oh, ich bin fast in Bayern-Bergich nicht. Ja, vor allem, du musst doch mit dem Ding entkommen hier, weil die haben Flak-Raketen ja so. Das ist kacke. Ich kann mal ein bisschen rumfliegen und dann lande ich irgendwo und dann kannst du die mal nehmen. Das habe ich ja schon mal. Oh, ich habe mir jetzt eigentlich schön was zusammengebaut, damit ich auf den Porsche komme. Oh, ich bin tot. 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 Alter, der hat mich überfahren. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Wissen du. Wissen du. Wissen du. Nach wieder an der Brücke. Er ist im Tunnel. Ich mache hier ein kleines Chaos. Mach mit. Mein Geisteszustand ändert sich. Wer hätte das gedacht? Ich hätte so haben wollen. Ach, ich hätte so. Alter. Alter. Ich bin gerade im Wasser aufgeknallt. Ich bleib... Oh, habe ich ein Schwein. Schö. Ich habe sogar fast abgestopft. Ich muss mal lieber die Cockpit an sich weg, weil... Ich bleibe jetzt ein Bullen natürlich hinterher fahren. Ach, das ist der Pichel. Ich bin kein Süden. Ich bin ein 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 Süden. Was? Ich wurde erschossen. Kannst du mal jetzt fliegen, sollst du mal irgendwo landen? Ja. Aber da muss ich immer die Sterne verlieren. Warte, ich will nicht mehr. Ne, ne, noch nicht. Ne. Ich stresse hier noch die Bullen. Ich brauche den Jet. Komm, wir wollen wollen. Ne, ne, ich habe nur noch ein Fliegel. Ne, ne, ne. Ich habe keine Fallschirm. Scheiße. Das war's mit dem Jet. Das war's mit dem womenstern. Ach, das war's mit dem Schmerz. Oh Mann. Okay. Ich habe nur noch was. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.